Wenn du glaubst, das ist jetzt schon alles für Bitcoin gewesen, muss ich dir leider mitteilen, dass du dich täuscht. Leute, wir haben jetzt gerade in unserem Bitcoin-Chart extrem, aber wirklich extrem spannende Entwicklungen, über die ich in diesem Video ganz genau und detailliert sprechen werde. Außerdem werde ich euch mitteilen, wie wir uns jetzt verhalten müssen, ob wir einen neuen Trade setzen oder ob die Zeit gekommen ist, um unsere Trades zu schließen. Wenn du gerade am Planen bist, einen neuen Trade zu setzen oder wenn du sogar schon in einem Trade bist, würde ich dir vorschlagen, dass du dieses Video unbedingt bis zum Ende anschaust, denn in diesem Video werde ich dir einen Einblick darüber verschaffen, was wir jetzt in den nächsten Stunden, aber auch in den nächsten Tagen für den Bitcoin-Preis erwarten können. Außerdem werde ich in diesem Video über einige Altcoins sprechen, zum Beispiel über Solana, über Shiba Inu, aber auch über ETH. Natürlich gibt es auch mal wieder ein Update zu meinen aktuell noch laufenden Trades. Vielen Dank Leute und wir starten nun direkt mit unserem Bitcoin-Einstunden-Chart. Jetzt gerade in unserem Bitcoin-Einstunden-Chart haben wir eine sehr, sehr, sehr interessante Entwicklung. Leute, wir sind hier, wie ich ja bereits in meinem gestrigen Video mitgeteilt hatte, aus diesem Falling-Vatch nach oben ausgebrochen und mittlerweile haben wir sogar das Preisziel von den etwa 64.300 Dollar erreichen können. Aber Leute, damit noch nicht genug. Wenn wir einmal rübergehen in unserem Bitcoin-Einstunden-Chart, hier haben wir immer noch ein Preisziel, was wir bis jetzt noch nicht erreicht haben, aber auf gutem Wege Richtung Preisziel sind. Ebenfalls über dieses Pattern, was wir hier gerade in unserem Bitcoin-4-Stunden-Chart sehen können, habe ich gestern in meinem Video und auch in den Videos vorher gesprochen. In diesem Bereich, gekennzeichnet mit dieser roten Widerstandslinie und mit dieser roten Supportlinie, können wir ein Ascending Triangle erkennen, welches in der Tat ein bullisches Pattern ist. Und so wie zu erwarten war, aber auch so wie ich euch darüber informiert habe, sind wir aus diesem Ascending Triangle nun nach oben ausgebrochen. Wir können hier erkennen, dass wir zu dem Zeitpunkt, wo wir aus diesem Ascending Triangle nach oben ausgebrochen sind, wirklich ein extrem starkes Volumen hatten, was darauf schließen lässt, dass wir möglicherweise wirklich ausgebrochen sind und dass wir nicht noch einmal unter diese Widerstandslinie fallen werden. Aber natürlich wäre ein Retest trotz dessen sehr, sehr gesund für den weiteren Preisverlauf von Bitcoin. Das heißt, falls wir hier noch einmal auf die 73.700 bis 64.300 Dollar erneut runtergehen sollten, ist immer noch alles gut. Aber spätestens bei 63.700 Dollar sollten wir dann erneut einen Bounce hier von dieser Linie erfahren und danach wieder mit dem Preis nach oben gehen. Falls wir erneut auf diese rote Linie fallen sollten, hätten wir aus dieser roten Linie, was ja zuvor die Widerstandslinie von diesem Ascending Triangle gewesen ist, einen Support gemacht. Das aktuelle Preisziel hier aus diesem Pattern liegt nach wie vor bei in etwa 69.000 Dollar. Somit hätten wir dann ebenfalls ein neues Old Time High erreicht. Auf die Fragestellung, wann wir denn möglicherweise ein neues Old Time High erreichen werden, werde ich ebenfalls in diesem Video eingehen. Aber Leute, vorher kommen wir auf unseren bulligsten Chart aktuell zu sprechen. Und zwar haben wir zuvor eine massive Bull Flag hier in diesem Bereich gebildet und sind aus dieser Bull Flag, so wie wir das besprochen hatten, nach oben hin ausgebrochen und wir können erkennen, dass wir diesen Ausbruch nun hier in diesem Bereich erneut retestet haben und nach dem Retest ging es wirklich steil nach oben. Das Preisziel aus dieser Bull Flag liegt aktuell bei etwa 84.000 Dollar. Wenn wir die 84.000 Dollar aus dieser Bull Flag erreichen sollten, wären wir ziemlich nah dran an unserem Golden Ratio hier aus unserem Fib Retracement Tool. Dieses Golden Ratio liegt aktuell immer noch bei 87.200 Dollar. Aber nicht nur das, Leute. Wenn wir hier einmal auf unseren Monatschart schauen, über dieses Ascending Triangle hatte ich ebenfalls gesprochen und hier haben wir ein Preisziel von in etwa 87.200 Dollar, was exakt unserem Golden Ratio hier aus unserem Fib Retracement Tool entsprechen würde. Und Leute, noch ein kleines Update zu Solana. Und zwar gestern in meinem Video hatten wir besprochen, dass wir hier in diesem Bereich ein Ascending Broadening Wedge bilden. Ein Ascending Broadening Wedge ist in der Tat ein bärisches Pattern und so wie ich es vorhergesagt hatte, sind wir aus diesem Pattern nach unten hin ausgebrochen. Und so wie anzunehmen war, sind wir aus diesem Pattern nach unten hin ausgebrochen. Ich sagte ja bereits, dass nach einem Ausbruch nach unten unser erstes Preisziel hier bei in etwa 230 Dollar liegen würde. Nach wie vor ein sehr realistisches Preisziel für Solana jetzt aktuell in diesem Moment. Und Leute, mit Shiba Inu befinden wir uns immer noch in unserem Descending Channel. Das heißt, weiterhin befinden wir uns mit Shiba Inu in einem Abwärtstrend. Nach wie vor hat es Shiba Inu nicht geschafft, hier diese Widerstandslinie zu durchbrechen. Solange Shiba Inu diese Widerstandslinie nicht durchbrechen kann, befindet es sich weiterhin in einem Abwärtstrend. Aber wenn es Shiba Inu gelingen sollte, hier einen Ausbruch nach oben hinzulegen, wäre dann das Preisziel bei in etwa 0,00008818. Das Ganze ausgedrückt in USTT. Und Leute, mit ETH haben wir nun ein neues Oldtime High erreicht, nachdem wir in den letzten Tagen so einige Male neue Oldtime Highs in unserem ETH Chart bereits hatten. Ich habe vor einigen Tagen über dieses Rising Wedge hier in diesem Bereich gesprochen. Wir sind kurzfristig aus diesem Rising Wedge nach unten hin ausgebrochen. Allerdings scheint das Ganze nur ein Fake Out gewesen zu sein. Wir sind erneut in dieses Rising Wedge rein. Aktuell befinden wir uns immer noch innerhalb von diesem Rising Wedge. Ich kann mir gut vorstellen, dass ETH nochmal runtergehen wird, hier diese Supportlinie antesten wird und danach eventuell erneut nach oben geht. Und Leute, noch ein kleines Update zu meinem aktuell immer noch laufenden Bitcoin Trade. Ich befinde mich jetzt aktuell mit in etwa 694.000 Dollar im Profit. Ausgedrückt in Bitcoin entspricht das ungefähr 10,4670 Bitcoin. Leute, wenn ihr ebenfalls solche Trades setzen wollt, solltet ihr mir unbedingt auf meinen Social Media Channels folgen. Die Links dazu findet ihr hier unten in der Videobeschreibung. Außerdem ein Update zu meinem Chainlink Trade. Ich befinde mich aktuell mit Chainlink mit in etwa 36.900 Dollar im Profit. Beide Trades werde ich weiterhin offen lassen. Falls ich irgendwelche Veränderungen an diesen Trades vornehmen sollte, werde ich euch natürlich darüber updaten über meine Social Media Channels, aber auch über meinen YouTube Channel. Und nun zu der Fragestellung, wann wir denn ein neues Old Time High in unserem Bitcoin Chart erreichen werden. Leute, ich hatte bereits vor einigen Tagen hier über diese beiden Charts gesprochen und hatte diese beiden Fractals miteinander verglichen. Zuvor haben wir in 2020 hier in diesem Bereich ein neues Old Time High erreicht. Aber wir können hier ebenfalls erkennen, dass der Bereich von dem Old Time High so einige Male angetestet wurde, beziehungsweise, dass wir einige Anläufe gebraucht haben, bis wir dann über dieses Old Time High ausgebrochen sind. Ein ähnliches Szenario erleben wir hier aktuell in unserem Bitcoin Chart. Hier können wir sogar erkennen, dass wir es einmal geschafft haben, unser altes Old Time High, welches sich hier in diesem Bereich befunden hat, hinter uns zu lassen, aber danach ging es erneut runter mit dem Bitcoin Preis. Nachdem wir uns aber eine Zeit lang hier im Bereich des alten Old Time Highs aufgehalten haben, kann ich mir vorstellen, dass wir nun dieses Old Time High ein für alle Mal hinter uns lassen werden und danach mit dem Bitcoin Preis stark nach oben gehen werden. Wenn wir uns noch einmal hier diesen Bereich anschauen, können wir sehen, was passiert ist, als wir das Old Time High in 2020 durchbrochen haben. Wir haben einen extrem starken Preisanstieg nach oben erlebt. Wenn wir nun davon ausgehen, dass wir ein ähnliches Szenario ebenfalls aktuell in unserem Bitcoin Chart erleben werden, können wir ebenfalls davon ausgehen, dass der Preis ziemlich stark nach oben gehen wird. Vielen Dank Leute, das war es von mir für dieses Video. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir unbedingt einen Daumen nach oben da, abonniert diesen Channel und aktiviert die Glocke, denn so könnt ihr euch sicher sein, dass ihr diese Art von Informationen immer genau danach haltet, wenn gerade etwas Spannendes im Bitcoin Chart passiert. Und außerdem könnt ihr euch immer sicher sein, dass ihr stets von YouTube benachrichtigt werdet, sobald ich ein neues Video hochlade. Vielen Dank und bis zu meinem nächsten Video. Bye, bye.